Liebe Leute, wir sind wieder dabei, hallo. Schlafen. Das ist ein Intro versaut. Ach nee, die Intros spreche ich schon gar nicht mehr. Ich schnippel das einfach alles zusammen. Du musst ja uns noch die Spieler vorstellen und so. Das sind die Noobs. Das sind die Noobs hier, das ist der Raven Schreck. Schreck, Tunkai 1967, das ist ein alter Sack. Und Ordinson, wer der Tunkai ist, weiß ich nicht, das ist ein Random-Spieler. Den haben wir jetzt bei uns in der Lobby mit dazu genommen. So, war genug vorgestellt. Erdogan, spielst du mit? Egal. Wer ist denn Erdogan? Der türkische Präsident. Mal Nachrichten gucken vielleicht? Ja, aber der ist nicht bei uns. Auf jetzt, aus. Konzentriert euch aufs Spiel. Komm, Leute, wir schaffen das. Denk dran, die erste Runde wieder fallen. Und Ordinson, wenn du mir das Schild in die Fresse hältst und mich blitzt, dann kicke ich dich, ganz ehrlich. Ey, Ordinson. Der Erdogan, das ist ein Spako, ist das. Also, wenn du mir das Schild ins Gesicht hältst, dann kriegst du einen Headshot. Das kannst du wissen. Kannst du wissen. Wir sind im Keller. Wir sind im Keller. Ja, ich hab's zu gewissen. Ach, mach doch meine Drohne nicht kaputt. Die Treppe hoch wollten, du hast die Drohne gesehen, die sind so aufgesteuchte Ameisen, die wieder runter sind. Mach meine Drohne nicht kaputt, die war teuer. Der ist auch garantiert rauf. Fuck. Amazon gibt sich 30 Euro. Ach, du bist mir und sagt mit deinem Amazon. Mach Werbung für den Arbeitgeber. Das wird dir aber nicht gedankt. Aber jetzt geht's los. Jetzt gibt's. Ich hab ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, wie sonst mir noch mehr gedacht. Das ist in dem Typ, dem Typ ganz oben interessiert hat, herzlich wenig. Naja, aber das ist überall so, dass den Typ ganz oben, das hat sich egal, in welcher größeren Firma, mehr als ein paar gewisse Mitarbeiter, äh, Größe, blablabla. Oh, das muss ich jetzt revidieren. Ja, aber wenn du ne Firma hast mit paar tausend Mitarbeitern, dann hast du das ganz selten. Paar tausend? Amazon hat alleine 500.000 Mitarbeiter selbst bei. Ja, ne, ich mein jetzt, ich mein jetzt insgesamt, also nicht nur Amazon, sondern insgesamt, dann hast du, ähm, dann interessiert das meistens die Leute nicht. Da unten ist ein Schild auf, da unten ist ein Schild aufgebaut. Nein, hab ich getötet. Hätten mich vor uns gebildet. Alter! Wer hat mich hier grad geflasht? Ich hab nur alle fünf, ich hab, ich hab nur alle fünf Dinger. Ich was nicht. Irgendjemand hat mich grad geflasht. Flash Gordon war das. Warte, ich schmeiß eine Handgranate runter, Schleck. Ey, ich flash den Typ und der kann mir voll den Handy geben. Oh, wer hat die Handgranate da hingeschmissen? Das hab ich gesagt. Alter, aber ich schmeiß... Der war doch schon rot. So, Alter, hast du's bald mit deinen Granaten da runter geschmeißen? Ey, ich hab keine mehr. Ja, die liegen alle jetzt hier unten. Oh, ich werde angeschossen. What the fuck, wo kam der denn her? Was ist denn hier passiert? Der hat das... Alter, wo kam die denn her? Die haben sich versteckt. Die haben gestürmt. Die sind rum. Also wir müssen uns ein bisschen aufs Spiel konzentrieren gerade. Alter, das ist er. Die sind rum. Wir haben uns an die Tür so... Wir haben uns so... Ich war unten beschäftigt. Ja, die kamen auf einmal von hinten. Was macht ihr da oben? Spielen. Nups. Nups. Der Tünkerl denkt auch, was ist das denn für ein Idiot? Das ist ja selbst ein Idiot. Der ist ja... Der wurde ja genauso weggemacht. Ja, die sind hinten rum und haben uns dann... Ja, schön in den Popo gehauen. Aber richtig. Ja, verstärk du mal die Wand. Mach das ja nicht. Da liegen noch... Denk dran, Schutzwesten. Ja, hier der Raum ist riesig. Ja. Das sind Schutzwesten. Ich habe gerade irgendein Team-Karet kaputt gemacht. Ja, toll. Ja, ich habe... Ja, ich habe nur meine Wand aufgebaut und auf einmal kriege ich... Da in der Ecke. Alter! Das kriegst du doch gar nicht. Was war das denn gerade für ein Aim? Was für ein Arsch war das? Ich habe fast meine ganze Munition an dem Ding verballert. Ja, nicht nur du. Denkt ihr bitte noch an die Schutzwesten? Das war eine Schutzbarrikade zerstört. Also hier vorne im Startteil, um zu denken. Da wissen die doch schon, dass da Traps liegen. Ist da gerade einer an der Trap gestorben, oder was? Nee, die kommen mir gerade. Das doof ist, dass wir jetzt alle drei auf die Tür aimen. Ich habe... Irgendwas ist hier gerade reingeflogen. Hinter mir. Fuck you. Irgendwas hat mich erwischt. Ja, klar, alter. Da können wir auch nur durch den Kasten abknallen, oder was? Ja, können sie. Ey, von wo? Draußen am Fenster sitzt da und Sniper. Rettungsdackel, kannst du zu mir kommen? Ähm, Türke kommt. Bin ich mal gespannt. Da ist einer. Alter, was ist denn hier los gerade? Keine Ahnung. What the fuck? Granate. Ist gerade irgendwas reingeflogen gekommen. Ich wurde entdeckt. Ach, verdammt. Hier läuft ein Schild rum. Ja. Ich bin da auch. Die sind hier drin. Ja, aber ich sehe sie nicht. Können nur da oben auf dem Podest sein. Ja. Meinst da oben? Da? Ja, rechts am Podest. Ich höre. Das ist ja auch nicht. Ich sprengt die Wand. Das oben ist ja offen. Ja, ich sehe sie. Äh? What the fuck? Wo war der denn? Ne, der war tatsächlich oben an dem Podest. Krass. Ja, klar, alter. Ach, hinter mir wäre auch noch einer gewesen. Ja, könnte keine Chance. Ey, was war das denn bitte? Die sind gut? Das erste Spiel verlieren wir immer. Ja, es ist aber schon zwei. Das zweite Verlieren wir auch. Ja, komm, jetzt mach mal hier. Das sieht aus, okay. Und ich bin mal da jetzt genommen habe. Hä? Wo bin ich denn hier? Alter, wo bin ich denn hier gespawnt? Scheide, er hat geschockt. Arsch, weit weg. Ich bin bestimmt wieder im Keller. Ja, ja, die, die, ähm... Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Feine Gesichter sind in der Lovä. Ach, scheiße. Alter, wie schnell die die Drohnen kaputt machen. Ja, ne? Noch fünf Sekunden. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sicher... Oh, ja, die hat MW aufgebaut. Das sind alles nur so Stufe... ...13, Leute. Die sind aber... ...wie, ja? Schieß, bringt's halt, ne? Bordi, ich bin hinter dir. Warte mal, ich mach die Boogie-Trap weg. Ah, jetzt läuft mir einer noch hier genau in dir. Hä? Dann werfen wir mit Treffen. Einen hab ich. Du mir die ganze Zeit in die Schussbahn läufst. Mit Sicherung des Behälters vorn machen, sobald die Bedrohung neutral ist, die Sicherung des Raumes einstellen. Den hab ich gerade geil von hinten weggemacht, Alter. Ich hab's gewusst, du kleiner Bastard. Der wollte schon wieder einer von hinten kommen. Von wo? Von wo? Ein HP, Alter. Von hin? Treppe, da kommt jemand an der Treppe. Ah! Alter, nur noch ein HP, Alter. Alter, was war das denn gerade für eine Aktion? Da ist mir... Ach, komm, scheiß drauf jetzt. Fickt euch. Oh, ich hab's überlebt mit einem HP. Alter, ich bin einfach reingesprungen und hab... Der wusste gar nicht, was ihm passiert. Ich bin einfach reingesprungen und hab getötet. Er wusste gar nicht, was ihm passiert. Und hast ihm dann noch ne Weste geklaut. Echt? Die haben gar nicht damit gerechnet. Ich bin einfach rein und hab gesagt, komm, fick dich. Und hab den einfach getötet, der da unten an der Treppe stand. Der hat mich angeguckt so... Mama! Und der Kapka, der ist mir voll in die Schussbahn gelaufen. Der wollte uns nämlich auch hintergehen. Äh, die Kapka... Nee, ich hab den mit den... Mit den MG oben im Flur getötet. Er lag so hinter den Sandsäcken. Ich lade nur die Füße. Ich lade nur die Füße und dachte erst, äh... Ist das einer von uns? Mute? Wer ist Mute? Wer ist Mute? Ich bin Mute, Karl. Hier hin. Achso, gut, super. Weil da kommen die richtig gerne hoch. Okay, da ist schon die erste Drohne. Ich bin eh nur von zwei Seiten rum. Ich bin dafür so richtig doofer, Raum zu verteidigen. Ähm, wo müssen noch Wände verstärkt werden? Ja, und beschwürden es doch mal. Na gut, mach mal hier, dass wir hier nicht durch den Boden kommen. Ist irgendwo noch eine Botenplatte, die wir sichern können? Wieso sicherst du die Bodenplatte? Weil die da von unten nach oben kommen können, oder? Nee, nein, die können nur Granaten hochwerfen. Aber dafür müssen sie erst mal alles aufhauen, bis sie es aufgemacht haben. Bist du schon lange weg. Aber ich muss ja irgendwo meine... Ich muss irgendwie meine Punkte noch kriegen. Bitte, ich will noch irgendwas sichern. Bitte, gib mir irgendwas. Ich brauch's ganz dringend. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Was? Der Türke spielt. Äh, schießt. Spielt verrückt. Alter! Die kommen durch den Seiteneingang. Da, wo wir reingegangen sind, kommt einer rein. Da hängt einer. What the fuck? Wo hängt der? So, die haben wieder ein Scharfschützen dabei. Ich hab nur irgendwie am Fenster ein Seil gehört. Hier, irgendwo hier. Ich bin fast tot, weißt du, weil der mir das Telefon auf die Strasse gehauen hat. Aber er scheint weg zu sein. Da war keiner. Wo schiebt die denn da hin? Wollten mal gucken. Hier wieder. Bei der nervösen Fingern. Bin weg. Da ist einer, da ist Blitz drin. Blitz ist da drin mit Schild. Wer hat mich geblitzt? Ich sehe gar nichts. Ja klar, das ist noch unbüro. Von hinten kommt dann auch noch ganz schnell einer. Der ist komisch. Kommt der her? So, der ist drin mit dem Schild. Ah, ich packe. Scheiße. Schlecki, du bist doch falsch. Andere Richtung, andere Richtung. Da musst du rein. Ja klar, Alter. Wie ob sich noch mit der Schrofflinke treffen? Jawohl. Schlecki. Einer noch. Schlecki. Schläcki. Schläcki. Schlecki. 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 Ich guck mal draußen, ob ich was sehe. Ich glaube, der hockt wahrscheinlich parallel in einer anderen Wand, wo du bis du kommst. Irgendwas hörst du da. Schon ein bisschen spannend gerade. Ich glaube, der kommt von rechts. Ach so, die Sprengfalle. Heißt, gleich zintert ihr noch was offen irgendwie? Kann da jemand rein? Ja. Oh, oh. Ich würde auf die andere Seite setzen. Die Sprengfalle aufgeschossen. Ja, ja. Alter, sehr geil. Ja, meier, geil. Boah, ey. Die Killer-Waffe steckt hin, die MP, die MP, die MP, das richtiges Missstück. Sehr geil. Wir müssen auch schon wieder vergefaltigen, wollte ich uns da. Die hatten uns schon zweites zu null, ne? Jetzt, ey. Weil wir einfach Killer sind. Wir sind Killer. Was sind wir? Killer. Kack. Kack. Wir müssen die in den Bio gebracht haben. Schon wieder in den Dänkel. Aber wie geil ich vor einem offenen Fenster saß. Ja, deswegen. Ja, dann habe ich mir auch gedacht. Ich wollte das nicht sagen, aber. Ich finde, das ist viel zu hell, wenn du nach draußen guckst. Ja. Das ist Bibel. Drecks Drohne da. Die ist unterm Bett. Es bleiben noch 10 Sekunden. Alter, die Drohne vergewaltigt mich gerade. Welche Drohne? Ich habe sie. Jetzt kann ich keine Drohne mehr anschießen. Ich habe keine Munition mehr sonst. Ähm, Westen, bitte nicht vergessen, Leute. Westen, Westen im Osten, ja? Im Westen nichts Neues. Wo sind die? Die liegen da. Die kommen ja da schon da. Die kommen ja da schon. Ich bin zu Hause gelassen. Ich habe es mal. Ach, da sitzt ja einer. Ja, ich bin festgepackt schon wieder. Jetzt geht's. Einfach hinlegen und wieder aufstehen. Ja. Aber es passiert mir in letzter Zeit relativ häufig. Ja, auch. Jetzt bräuchten wir Puls. Ich habe noch Puls. Ich lebe noch. Na, Gott sei Dank. Ist das ein Whisky-Puls? Da sind sie. Wo? Alter, ich habe den. Mehr mehr da. Da war einer. Da ist einer mit Schild. Ich habe ihn auch schon gut gehittet. Da hinten. Wo ist er? Dann lass mich mal da raus. Da hinten. Da hinten. Lass mich mal da raus. Lass mich mal raus hier. Alter, wollt ihr mich verarschen, die zwei? Am Fenster ist einer. Ja. Alter. Ah! Kann mich mal wieder jemand hinstellen? Rettung, Rettung. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälter. Da kommt einer rein. Nur noch ein Gegner. War schon mal weggemacht. Und der andere war hier am Fenster. Also im Flour sozusagen am Fenster. Ich habe mir aufgefallen, wenn ich jetzt das erste Sterbe gewinnen. Und wie immer. Der ist hier draußen bei mir. Der ist hier draußen bei mir. Granate. Gut, dann mach ich kaputt. Granate. Ganz ehrlich, fick dich, ey. Willst du mich verarschen? Ich bin schon wieder. Ich backe schon wieder. Ich backe schon wieder. Ich kann... Ey, das ist doch zum Kotzen. Warum... Der ist immer noch an dem Fenster. Schlecht gezielt, ey. Gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Das passiert mir auch die ganze Zeit schon. Urschlecht gezielt, Alter. Ich weiß gar nicht, wie die Granaten überhaupt in das Ziel reinkamen. Sehr gut. Ich hätte von unten erwischt. Ich bin aus dem Fenster raus und her zu mir runter. Aber ich konnte nichts machen. Ich war schon wieder festgepackt. Der hat jetzt mal ganz toll da hingeguckt. Tschüss, Alter. U-uviele Punkte geholt, ey. Gibt's ja gar nicht. Bei ihm steht definitiv, er hat's kommen sehen. Er hat's kommen sehen, genau. Aber ich habe doch gesagt, wir gewinnen es wieder. 11 Kills, Alter, hat der.